Wie schneidet Hannover 96 in den anderen Top-Ligen ab? Das werden wir heute rausfinden. Angefangen in der 2. englischen Liga, dort konnten sie am Ende den 7. Platz belegen, haben leider knapp die Aufstiegs-Playoffs verpasst. In der französischen Liga sah es dafür besser aus, da konnte man den 2. Platz belegen, hat ganz knapp den Titel sogar verpasst in der 2. Liga, aber der Aufstieg ist drin und schlussendlich noch die spanische Liga, dort hat man wieder nur den 7. Platz belegt und hat damit die Aufstiegs-Playoffs ebenfalls knapp verpasst. Die Pokale habe ich nicht aufgenommen, da man dort immer direkt rausgeflogen ist. Lasst ein Abo auf YouTube da, wenn ihr weitere Experimente sehen wollt, wie zum Beispiel